hallo aus der luftschiffhalle der wdl hier laufen die proben für freitag abend 20 uhr 15 der große jahresrückblick mühlheim menschen und momente auf mühlheimer-momente.de können euch das ganze natürlich angucken die bühne sensationell meine torgäste werde ich hier oben begrüßen und es wird auch weihnachtlich denn wir gucken nicht nur auf das jahr 2020 zurück sondern wir sind dann am freitag vom zweiten advent tamai bruns die gewinnerin von frankies vocal talent wird euch aufs fest einstimmen mit einer traumhaften emotionalen version von help yourself a merry little christmas und auch zeitflug die schlagerjungs aus essen haben ein weihnachtsmäcki vorbereitet das und ganz ganz viele interessante und spannende torgäste am freitag ab für danach acht auf mühlheimer-momente.de ein